So, die Verlangsamung ist auch interessant Ja, das ist auch mal Nice So, dann wollen wir mal weitergehen Hallo Zurück, Sif Ich will euch nicht auch noch umbringen müssen Das war kaltblütiger Mord Sicher hat es euch Spaß gemacht ihn zu töten Gebt es zu Das wollt ihr gar nicht Es geht so Also hier Oh Oh Das hat er nicht verdient Oh Er war ein guter Junge Und euch hatte ich sein Leben anvertraut Glaub, was ihr wollt Er war ein Sif Euer Sohn war ein Anhänger der dunklen Seite Er wusste, was das bedeutet Und ein guter Junge war er ganz sicher nicht Ihr Elendes blutrünstiges Monstrum Ich spring euch um Ich töte euch Euer Serum bekommt ihr nie Weil ich euch töten werde Weil ich euch töten werde Oh Maja Das Das Womit ist Seid ihr auch eures Amtes entzogen Ja So Nochmal So So Jetzt zirnen wir uns So Ist der Lieutenant in der Nähe? Ja Der ist in der Nähe So Der wird jetzt befördert Zum Major Ja Ist nix mit Gefühlen Für Sohnemann Hehehehe So Ihr seid Befördert Denk ich mal Achso Das ist ein Wissenschaftler Gehorchen Oder zugrunde gehen Was darf es sein? Das wird mich nicht aufhalten Dann kooperiert Ich werde euch nicht hören Gehorchen oder zugrunde gehen? Was darf es sein? Glaubt mir Ich verstehe euch Ihr habt große Pläne Und der Major War euch im Weg Schon gut Also versteht das jetzt Bitte nicht falsch Aber euer Plan Ist kompletter Wahnsinn Ist das nicht toll? Seid ihr Seid still? Vielleicht habt ihr recht Für Zweifel ist es jetzt zu spät Ich muss nur wissen Ob es funktionieren wird Na gut Dann nehmt das Serum Nehmt es Ich habe mich genau In die Spezifikationen Des Datenpads gehalten Ihr seid bestimmt Auf der richtigen Fährte Das Serum sollte euch Gegen das Zeug In der Kammer resistent machen Aber es besteht die Möglichkeit Dass das Serum euch Umbringen wird Ich meine Es wurde für Kollikoiden entwickelt Nicht für Menschen Ah ja Und? Woher wisst ihr Dass ich kein Kollikoide bin? Er sagt verrückt 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 Hier ist es Es sind nur ein paar Dosen Und wie ich schon sagte Solltet ihr sie sparsam einsetzen Ihr müsst an der Hauptbasis der Republik vorbei Um zur Kammer zu gelangen Aber im Ernst Womit auch immer die Republik aufachtet Die Kollikoiden sind schlimmer Ihr könnt gehen Lebt wohl Oder Wir sind hier fertig Ich muss es Danke Doktor Aber ich habe keine Verwendung mehr für euch Ich werde hier Ihr wollt mich töten Los doch Ich sag euch doch Ich fürchte den Tod nicht Hm Er ist zumindest leise gestorben Ja Ok Dann kaufen wir doch gut bleiben mal aus So ist das so, das kann ich dann gleich verkaufen, selbst erböden, Astrosion, Karte, mhm, mhm, okay, was soll ich damit jetzt? Erreiche deinen Gefährten ein Geschenk als Beweis deiner Zuneigung. Gefährte, und wo kann er das haben? Hier? Nein. Ähm, Schildgeneratoren nehmen, mhm, mhm, tschau. Ähm, ne geht auch nicht, okay. Aber wo kann ich denn das jetzt hinfahren? Warum ist die Zuneigung jetzt nicht gewachsen? Äh, 1.087 von 10.000, mhm, etwas über 10%. Hm, naja. So, ich muss mal das angucken, das Neue. Ja, so spektakulär sieht es aber nicht aus. In Ordnung. So, der Major ist, ähm, ah, schon wieder was für mich? So, der Major ist jetzt haupte. Schade, ich hätte gerne den Lieutenant befördert. Ja, ja, ja. So, nein. So, nein. So, nein. So, ich soll es nicht bestätigt. Alles klar, da muss man so. Bin ich mal gespannt. Ja, gut, ich habe es jetzt auf die, äh, ihr könnt das natürlich auf eine andere Art und Weise lösen, indem er dem Sohn und man hilft und so weiter und so fort. So. Ähm, aber da ich ein böser Cist bin, muss ich natürlich immer achten auf dieses rote Dreieck die Sachen muss ich machen. Ah, Cist, ne? So. So. Ich muss immer darauf achten, dass ich das Gute mache. Ja. So. So. Gessionsgegenstände. Ja. Serium. Okay. Ähm. So. In die Grube. Begib dich zur Kammer. Ja, 305, hm. Da muss ich hin. Wo bin ich? Ach, du Herr Himini. Ähm. Ich komme ich nicht mehr hin nochmal. Hm. Okay. wieder lang hier gibt es bestimmt auch noch was zu entdecken weiß ich nicht na gut haben wir mal hinlaufen es war jetzt nicht so schwer aber immerhin so kennen wir das hier nicht immer mit der ruhe habt ihr es immer noch nicht gelernt so wir zöhnen uns jetzt hier hoch die schießen gott ja ja da ist immer ihr auf hallo bischof tut mir aber gar nicht leid so dann machen wir mal weiter rennen muss ich denn jetzt lang hier lang ach so da sterben will dann sterben aber wir kennen wir kennen hat sich schon das öfter getötet aber so ist das nun mal hier auf balmora man wird immer mal wieder gerne angegriffen von irgendwelchen appell so die wird man halt hier dann deutschen helft und und alles zur guten seite ja so wo muss ich jetzt nach bin ich schon auf ich denke mal ja ja ihr seid ja ihr wollt natürlich natürlich spieler auf mal so es ist ja nur schrott sie haben so sachen so gibt es hier wird zumindest wo man so dem kann ich nämlich verkaufen benötigen sie medizinische ja die schrott das hier verkaufen so ja tschüssi so ja 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 hallo rebellen das ist aber schön dass ihr hier seid ja 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 das macht schon spaß das ist macht spaß Okay, dann wollen wir mal probieren, dann fängst du. Hey, du böses Bibi. Hey, nicht schlecht. Einmal ne Ausführung, die Kleine. Sollen wir mal gucken, was du hast. Schön ist. Eigentlich muss ich jetzt meine Rüstung reparieren. Aber ja, ja. Ohne Reparaturkit wäre nicht schlecht. Für unterwegs. Mal gucken. Okay, ist noch in Ordnung, ist noch in Ordnung. Der hat mich jetzt nicht so besonderlich... Okay. Dann, babam. Guten Tag. Ihr lasst mich doch sicherlich fabrizieren. Das ist nett. Ich muss ja da hin. Okay. Schätzungsweise nach da hinten. Oh, wo. Oh, wie. Das ist die Frage immer wo. Ah ja. Also links mehr. Er ist in Ordnung. Tja. Ich schätze mal, der lässt mich nicht gehen. Also. Gute Tag. Schon wieder tot? Gut. Das ist aber. Für euch bitte auch wahrlich. Tja. Immer wieder sterben zu müssen. Und dann. Ach ja. So. Ihr wollt sterben. Tja. Ja. 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 Ich töte dich ja so. Ja. Und die anderen haben nun mal ein bisschen. Ja. So. So. Wieder mal ein paar Punkte mehr. Auch du sollst sterben. Hä? Okay. Lol. Was waren wir denn jetzt. Eine Aufzeichnung irgendwie. Die ich übersehen habe. Einen. Aha. Interessant. Der scheint wohl. Vergessen zu haben. Zerstöre die Abschaltbahnen. Oh. Dann machen wir doch das auch nochmal. David. Kenne ich euch nicht. Ah. Ich muss doch hier den Schicksalminister irgendwie töten. So. Soja. Ah. Da kommt schon der nächste. Die andere. Dann lächle ich aber hier auch nicht in Ruhe. So. Jawoll. Ich bin jetzt mit Credits. Ne. So. Ich muss hier. Bla 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 bla. Okay. Ja. Was muss ich hier jetzt machen. Gut. In die Grube. Achso. Achso. Ich muss weiter nach rechts. So. Ich glaube da. Hier muss ich wieder was machen. Sehr schön. Hallo. Hallo. Nichts sind ja. Ich mach mich nicht. Das ist doch nicht so schlecht. So. Irgendwann hier Probleme? Höö. Danke. Ja. Wir zürnen und zerstören wieder hoch. So. zwei von vier ausgeschaltet hallo mein kumpel ja in ruhe lassen das ist doch mal so hallo mit dir ja jetzt kann man gebrauchen also geht ständig war schon mal geld stinkt nicht egal von wem es kommt und jetzt von meinem feind ist ich nehme es trotzdem ich bin mal gespannt wie das dann ist wenn ich hier auf der anderen seite bin nämlich bei den und dort dann das alles noch mal machen muss anscheinend so ich habe mir das alles wieder verlieren ja auch wenn zwei stehende reise und wir lassen doch mal hier meine arbeit machen meine jute dürften die ja eigentlich meine Freunde sein drei von vier jetzt muss ich nach rechts in Ordnung jetzt nach rechts ich glaube dir putter blitzen werden dann kann das sein kann das sein ja ja mal sehen ob der Dino würde ich auch hier wieder reparieren ja 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 das ist ja mal gucken was ich hier machen muss genau so 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 eins von vier drei von vier äh hm so so dann wollen wir mal weiter gucken so 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 Menschen laufen mit dem mal hier so so und dort mit er vor da ist nächste hier so 2 die von drei von 14 unbegrenzte macht ja würde falpert so ich möchte über opfer sprechen meine Truppen und ich haben unsere Heimat in der Republik aufgegeben aber ihr anderen ihr hattet keine Wahl euer Planet wurde euch weggenommen ihr gebt alles auf um ihn zurückzuholen so sieht das aus Dank für die Ansprache, sie war unnötig dein Publikum hat nicht applaudiert so also die Druiden habe ich erledigt jetzt nur noch die Sensoren wo ist denn der Nächste irgendwo wird es sein wo ist die Frage muss ja hier irgendwo sein da das war ja unnötig so so ja und da ist die Tafel oder da lol kann ich mir das jetzt helfen machen wir mal hier das ist ein Erfahrungsbuch aber die anderen werde ich auch nicht liegen lassen so zack ich habe Gerüchte die Leute sagen, dass die Republik einmal verlassen ich bin zwar nicht mehr in der republikanischen Armee aber ich bin trotzdem nach Patronen also sagt das ja nicht in seiner Anwesenheit der Vertrag hat uns vielleicht keine große Wahl gelassen aber das von der Republik steht noch immer hinter euch oh wie schön Junge gibst doch auf so wir müssen jetzt nach oben ja 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 Jörg also der Bedeutung weiterhin Schwachsinn Stoß in Ordnung lasst euch von denen nicht irgendwie irritieren so so hallo so 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 hier irgendwie ein besonderes springen ritual aber warte mal ja ja programmierer